Sitz, Platz! Bundesführer Blanca Bode meldet sich zum Schutzdienstteil DGPO. Sitz! Kapitel Turms abiste Nacht! Sitz! Kuss! Kommcible fliessen, Kopf! Hey, wer willst du denn, ey? Hau ab da! Was willst du denn hier? Ich will doch da durch! Nimm doch mal den Tüte zurück, die da! Und der ****** ich will doch da durch! Hey, komm mal raus! Ja, lass die, hör los, ja! Was willst du denn hier? War mit deiner ******? Hau ab, ne, Alter! Hör dich doch fast da! Weg da! Hau ab, du ******! Hey, was denn? Was willst du denn? Was willst du denn edit? Ach... differently... Ach, schär Part 2 Grann Bisch ... Ja, ich muss noch Vers Psalm Aufgabe 3 Auf dich habe ich gewartet. Ich habe mich von Röntgen zum Rumpf. Oh, der Hund reißt mich. Der Hund reißt mich. Oh, der Hund reißt mich. Stellen Sie die Bewegung ein. Runter vom Gelände, bitte. Platz! 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 Und der Führer Blanka Bode beendet DGPO-Schutzdienstteil. Untertitelung des ZDF, 2020